Hallo, wir sind jetzt hier wieder im zweiten Part, im Tisch Tennis Manager. Tut mir ein bisschen leid, wir hatten Probleme mit Traps, deswegen jetzt erst der zweite Part. Wir sind in der siebten Saison, haben 6-1 gewonnen gegen DJK Block. Nächstes Spiel ging TTG Camper und wir sind auf Tabellenplatz Nummer 2. Schön, schön, schön. Erstmal einen schönen Sponsor reinhauen, also es tut mir wirklich sehr leid wegen dem kleinen Problem mit Traps. Wir hauen auch erstmal eine schöne Erholung rein, aussetzen für alle. Ich kann euch mal zeigen, was hier so sich alles getan hat. Und gehen wir mal in die Aufstellung. Wir haben Bruder einen Stempel verpflichtet, ein 21-jähriges Talent. Defensivspieler haben wir auch schon mit dem Holz aufgerüstet. Ja, läuft ganz gut hier. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, auch einen Konditionstrainer verpflichtet, angeheuert, wie man sagen soll. Den Konditionstrainer werde ich jetzt auch gleich mal in einen einfachen Lehrgang schicken. Ja, was ich sonst noch getan hat, eigentlich gar nichts. Doch, wir haben, ja, Halle gekauft. Äh, die, 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 die haben wir nicht verpflichtet. Ich bin, ich glaube, nicht ganz, nee, haben wir nicht machen, nee, machen wir nicht. Äh, ja, wir können mal an der Meisterschaft, glaube ich, da, habe ich, glaube ich, nicht teilgenommen. Meist, Jugendmeisterschaft. Nee, habe ich nicht. Ich nehme auch nicht an der normalen Meisterschaft teil, weil das, finde ich, bringt es nicht. Das zieht nur unnötig Konditionen. Ist da ein bisschen kacke. Ja, das war's wieder. Und, ach ja, noch, wenn ihr Fußball interessiert seid, dann guckt euch doch unser letzte Orakel an zu Dortmund gegen Real Madrid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen hoch. Ja, und kommentiert das Ganze. Ciao. Und wir sind jetzt hier wieder im zweiten Part, im Tisch Tennis Manager. Tut mir ein bisschen leid, wir hatten Probleme mit Craps.